Soll dein Baby Vitamin K direkt nach der Geburt per Spritze oder oral in einer hohen Dosierung erhalten, ja oder nein? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, auf die ich in diesem Video eingehe. So, zunächst einmal die Frage Vitamin K. Warum wird es nach der Geburt überhaupt als Medikament einem Neugeborenen gegeben? Der Hintergrund ist der, dass Babys, wenn sie zur Welt kommen, relativ wenig Vitamin K im Körper haben und auch noch keinen Speicher anlegen können und bei einem Vitamin K Mangel es zu einer Blutung kommen kann. Diese Blutung kommt sehr, sehr selten vor. Da gibt es dann Statistiken, die sagen 1 zu 10.000, 1 zu 100.000 bei lebend geborenen Babys. Man ist sich da nicht so einig. So, da sind die Mediziner in den 50er, 60er Jahren so auf die Idee gekommen, wir könnten einem Kind per Spritze, also in den Muskeln intramaskulär, könnten wir hochdosiert Vitamin K geben. Und dann hätte dieses Kind einen lebenlangen Speicher und dann könnte es nie einen Vitamin K Mangel haben. Ja, da kam man dazu. Dann gab es natürlich ein paar Studien dazu. Dann gab es aber auch Kritiker. Denn im Laufe der Jahrzehnte ist zum Beispiel rausgekommen, zumindest im Tierversuchen, dass sich die DNA oder die Chromosomen verändern bei den Tieren. Und es stand auch immer im Raum, das ist ja logisch, wenn DNA sich verändert oder Chromosomen sich verändern, dass es ein erhöhtes Krebsrisiko geben könnte. Da gab es auch wieder ein paar Studien und du weißt ja, Studien werden nur gemacht, wenn es Geldgeber gibt. Und da muss für den Geldgeber auch was rausspringen, ein Produkt, was man auf den Markt bringen kann oder anbieten kann. Das hat sich dann wissenschaftlich nicht so durchgesetzt, beziehungsweise es gab keine Studie, die das hundertprozentig nachgewiesen hat. Das hing aber auch damit zusammen, dass die Kliniken unterschiedliche Vitamin K Dosierungen gegeben haben, unterschiedliche Präparate, sodass man gar nicht einheitlich dann sagen konnte. Oder man konnte nur sagen, okay, in der Klinik kam es zu so und so viel Blutungen oder eben nicht Blutungen. So, dann ist man sicherheitshalber, genaueres Jahrestal weiß ich gerade nicht, ist man davon weggekommen, zumindest in Deutschland und hat dann gesagt, okay, wir geben nur noch Oral-Vitamin-K. So, da liegen im Moment die Empfehlungen bei 2 Milligramm unmittelbar nach der Geburt, 2 Milligramm zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag und 2 Milligramm zwischen der vierten und fünften Lebenswoche, also jeweils bei der U1, U2 und bei der U3. Und ja, die Holländer oder sagen wir mal die Niederlanden als Beispiel, die haben schon eine relativ lange andere Praxis gehabt. Die haben bei der Geburt einmal oral, jetzt muss ich hier nochmal auf meinen Spickzettel gucken, 1 Milligramm gegeben und dann vom achten Lebenstag bis zur 13. Lebenswoche haben die Kinder dann, bekommen sie auch heute noch, 150 Mikrogramm Vitamin K in einer Öllösung. Und damit lassen sich auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und das soll, wo wieder die Theorie, genauso wirksam sein wie diese andere Variante. So, wenn man jetzt noch sucht nach den Nebenwirkungen von Vitamin K, dann wird immer behauptet, bei den Erwachsenen gäbe es eigentlich keine Nebenwirkungen. Bei einem Neugeborenen könnte es passieren, dass so eine Hämolyse stattfindet, ein Zerfall der roten Blutkörperchen. Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Also ich sage auf der einen Seite, ich gebe dir ein Medikament, damit es zu keiner Blutung kommen kann. Schön, wenn deine roten Blutkörperchen zerfallen, dann ist das genauso schlimm oder noch viel, viel schlimmer, als wenn eine Blutung auftritt. So, also das ist mal so ein Gesamtzusammenhang. Dann gibt es aber natürlich auch ein Risiko. Dich interessiert natürlich jetzt auch, wie hoch ist denn nun das Risiko, dass deine Blutung auftreten könnte. So, und da gibt es die eine Kategorie, die eben besagt, dass direkt unmittelbar nach der Geburt eine Blutung, Darmblutung, Hirnblutung, wie auch immer auftreten könnte, diese Art der Blutung ist nicht vermeidbar. Selbst wenn unmittelbar nach der Geburt irgendeine Art von Vitamin K, gespritzt, oral oder sonst wie gegeben hat, diese Art der Blutung kann mit keiner Vitamin K-Gabe verhindert werden. So, dann gibt es die zweite Kategorie, das heißt in der ersten Lebenswoche, da ist das Risiko kleiner als ein Prozent, dass, jetzt kommt wieder, pass auf, dass bei gestillten Kindern es zu einer Blutung kommen könnte. Aufgepasst, heißt jetzt nicht, oh, Flaschennahrung, nur weil Flaschennahrung künstlich Vitamin K hinzugefügt worden ist, ist es besser. Und wenn du stillst, oh, kriegt dein Kind Vitamin K-Mangel. Nein, in diesen Fällen ist das nur aufgetreten bei Kindern, die gestillt wurden, beziehungsweise nicht richtig gestillt wurden. Da gab es Verzögerungen. Jetzt denkt nochmal drüber nach in meinen Videos, was verzögert unter anderem den Milcheinschuss? Stress unter der Geburt, Intervention, Venentropf, Medikamentengabe, die PDA, Betäubungsmittel, der Kaiserschnitt. Und führt dazu, dass das nach der Geburt mit der Milchbildung nicht so funktionieren, in den meisten Fällen, weil der Milcheinschuss noch ein bisschen stärker, später eintritt und es halt ein bisschen schwieriger als hormonell ist. Aber ist trotzdem möglich. Also auch in den Fällen wäre es ja möglich, dass, wenn Kaiserschnitt zum Beispiel ansteht und du weißt das, dass du vorher schon versuchst, diese ein, zwei Tropfen Kolostrum aus der Brust auszustreichen und in der Spritze einzufrieren und zur Geburt mitzubringen. Mit Kühlpäck und allem, sodass du darauf bestehst und sagst, mein Kind bekommt als erstes nach der Geburt mein Kolostrum aus der Brust. Ist alles auch möglich. Könnte man auch so empfehlen, dass man sagt, egal wie es läuft, da habe ich auf jeden Fall eine kleinste Menge, das kriegt mein Kind, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Muss aber nicht. Wenn es dir Sicherheit gibt, ja, ansonsten eher nicht. Ruhig und gelassen sein, die Geburt so natürlich wie möglich stattfinden lassen. Dann hast du gute, gute Chancen, dass das mit dem Stillen auch gleich klappt. Und natürlich, ne, bereite dich vor. Schau dir Stillvideos an. Wie funktioniert das mit dem Stillen? Wie funktioniert das mit dem Anlegen? Ne? Das ist natürlich auch nochmal eine Hausaufgabe so an dich, die du auf jeden Fall gemacht haben solltest. So, dann gibt es noch die dritte Sparte und zwar zwischen der zweiten und der dritten Lebenswoche. Und da soll es vor allem gestillte Jungen betreffen. Ja, da gibt es dann auch wieder eine Statistik, wird eine relativ hohe Prozentsage gesagt, die sage ich jetzt aber hier nicht, weil das gar nicht hier verunsichern soll. Also, was du dich fragen solltest, ist erstmal, mach die Naturfehler, wenn bei unseren natürlich geborenen Babys es nicht notwendig zu sein scheint, dass dort bei der Geburt eine hohe Menge Vitamin K vorhanden ist. Und in der Muttermilch auch immer nur geringste Mengen, das waren glaube ich so 12 Mikrogramm pro 100 Milliliter Muttermilch ins Kind gehen. Wobei 100 Milliliter muss man dann auch erstmal haben. Und naja, aber ich sage mal in den ersten paar Tagen und Wochen kommen die Kinder natürlich auf mehrere 100 Milliliter und Liter. Da käme man schon auf gute, gute Dosierungen. Ja, in diesem Fall hat es ja einen Sinn, warum das so ist. Jetzt geht es natürlich wieder dann um Haftung, um Risiko, um Angst. Wie wahrscheinlich ist das? Also, wie gesagt, am ersten Tag, in der ersten Woche, wenn du im Stillmanagement alles klappt, dürft. Und du als Schwangere und auch als Stillende kannst sehr wohl, wie auch andere Mengen in der Muttermilch an Mikronährstoffen oder Vitamin D etc. kannst du sehr wohl über deine Ernährung oder selber über Supplementierung kannst du den Gehalt erhöhen. Und damit kannst du natürlich auf natürliche Art und Weise dann Vitamin K Spiegel erhöhen, wenn es nötig sein sollte. So, jetzt fragst du dich natürlich nach diesem Video, was sollst du nun tun? Ich kann ja sagen, bei meinen Kindern habe ich, okay, Kind 1 war ja eine Vollkatastrophe im Krankenhaus, wo ich gar nicht weiß, was die alles an Medikamente anschließend bekommen hat, weil man mehr nicht gesprochen hat, mich nicht aufgeklärt hat. Im Übrigen habe ich da mal versucht, meine Krankenakte zu bekommen. Die ist jetzt auch plötzlich vorzeitig vernichtet worden und sonst was. Nur mal so ganz am Rande. So, bei Kind 2 und 3 haben wir es ganz einfach gelöst. Haben wir Vitamin K Tropfen. Gibt es mittlerweile in der Bahnhofsapotheke. Viel leichter zu bestellen. Ich sage mal, vor 20 Jahren war das noch ein bisschen schwieriger. Da musste man eine Spezialapotheke, das irgendwie besorgen. Oder brauchte teilweise, glaube ich, sogar noch ein Rezept von der Hebamme. Ob das heute der Fall ist, bezweifle ich. Ich glaube, du kriegst es frei verkäuflich. Aber da kannst du ja mal auf der Homepage von der Bahnhofsapotheke, Link ist in der Beschreibung, nachschauen. Also, meine Empfehlung wäre, halte dich an das niederländische Modell. Da kannst du dir die Tropfen ja vorher schon in der Apotheke besorgen und kannst dann eben sagen, alles klar, das haben wir gesagt. Die Holländer, Niederländer nehmen 1 Milligramm. Und ansonsten vom 8. bis 13. Tag, Lebenstag, bis zur 13. Lebenswoche, also knapp 3 Monate, 150 Mikrogramm pro Tag. Wenn du das Präparat da hast, kannst du natürlich auch sagen, nach der Geburt möchtest du es haben. Jetzt kommt es wieder. Aber nach der Geburt erst die Muttermilch. Erst die Muttermilch, das Kolostrum, ein paar Tröpfchen davon. Und dann kannst du auch am ersten Lebenstag, erst ein paar Stunden da die Menge eben geben auf ein Löffelchen. Und am besten auch danach nochmal weiter stillen. Und das wäre auch in den Folgetagen und Wochen gut, wenn du erst stillst danach, dass du das einmal kurz gibst und dann nochmal weiter stillst. Ist ja auch immer fettlöslich. Die Muttermilch hilft es eben besser aufzunehmen. So, das wäre meine Empfehlung. Ansonsten, wenn du die deutsche Variante nimmst mit der U1, U2, U3, würde ich dir immer noch sagen, und das ist nämlich jetzt die Schwierigkeit, versuch doch mal herauszufinden, welches Präparat dem Kind da gegeben werden soll. Falls du es auch so, also falls einer von euch das weiß tatsächlich, wäre ich ganz dankbar, wenn ihr mal eine Packungsbeilage davon zukommen lassen könntet. Denn im Internet kann ich dazu erstmal nichts finden, welches Präparat genau gegeben wird. Kann ich nur raten. Habe ich eines bei einer Internetapothek gefunden, wo zumindest enthalten war, dass dieses Medikament nach der Geburt gegeben werden könnte bei Neugeborenen. Aber ob es jetzt das ist, was in der Klinik wirklich gegeben wird, das weiß ich leider auch nicht. Und da heißt es ja immer auf, Augen auf, guckt euch an, was in euch und in euer Kind kommen soll. Guckt euch alle Stoffe an, nicht nur die Wirkstoffe. Guckt euch die Begleitstoffe an, recherchiert mal, was ist das? Ist das krebserregend? Hat es andere Nebenwirkungen? Ja, und dann trefft eure Entscheidung. Also glaubt nicht alles, was man euch da vormacht. Ihr müsst alles kontrollieren. Und wenn du Mutter wirst oder Vater, dann ist es deine Aufgabe, ordentlich zu gucken. Was kommt da wie in mein Kind rein? Muss das wirklich sein? Gibt es eine Alternative? So, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich abonnierst, wenn du meine Videos teilst oder wenn dir was gefehlt hat, Kritik oder Verbesserungsvorschlag in die Kommentarfunktion schreibst. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich dich bei einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Alles Gute für dich. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.